Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order. Wir haben in den letzten Part sehr viel gemacht. Darunter auch diese Sache mit... ...gesessen haben wir. Und wir gucken jetzt mal, ob wir das vielleicht in die Stadt bekommen. So. Ryosuke hat erklärt, was alles geschehen ist. Was? Eine andere Welt? Dann werde ich wahrscheinlich gejagt. Hm, Mensch, ich... Holy shit. Nicht bewegen. Wir benutzen ein Kraftfeld. Widerstand ist zwecklos. Du kommst mit uns. Warum ich... Was zur... Ich hab... Du, na, wie konntest du? Mit einem Schlag. Ne, äh... Okay. Wir kämpfen gegen das Ding. Oha, 35. Ach ja, ihr seht ja, ich hab diesmal zwei Mega Digimon, ja? Ich hab mich jetzt echt sehr viel Zeit in... ...beanspruch. Das ist mal richtig gut. Komm. Ich werd diesmal nicht mal... ...so viel... ...ding verschwenden hier. Ähm... Wie heißt's? Zeit? Genau. Zeit und MP. 5500, not bad. Ach, wo bin ich? Du bist ein Mensch. Ist dein Gedächtnis zurückgekehrt? Gedächtnis? Ich erinnere mich. Es tut mir leid. Ich werde zurückgerufen. In die andere Welt. Leb wohl. Danke. Makumon hat etwas auf den Boden gelegt, bevor er verschwunden ist. Ach man, da kommt er nicht mal in die Stadt, sonst scheiß. Was? Veli Brutettit. Du hast ein Add-on-Szenario, Makumon Ritze abgeschlossen. Okay. Anfängerpartner digitiert sofort zu Makumon. Okay. Das kann ich aber nur einmal benutzen. Ready? Wenn ich es natürlich nur einmal benutzen kann, bringt mir das auch nicht wirklich was. So ein Geficke für Müll. Müll. Okay. Wir haben sehr viel bekommen und ihr wisst ihr was? Ich will diesmal sehr viel in diesem Park machen. Und zwar ist er Autopilot. Und wir werden jetzt Birdramon benutzen, um gleich ins Ding zu bekommen. Ihr wisst schon, in Ding blablabla. Fuck, ich hab's vergessen. Oh, Knochenresort geht auch. Aska, so nur 3200. Aska, machen wir uns auf den Weg. Ich hab' genug Fleisch für Tyrannomon und für den Teddy. Ich hab' vergessen, wie er nochmal heißt. Ich nenn' den Teddy. Einfach. Ich weiß nicht, die Muck hat es irgendwie. Ich hoffe, diesmal ist kein Mikrofon oder sonst irgendwelche Probleme. Im letzten Part hatte ich irgendwie sehr große Probleme damit. Ähm, ich glaub' aber, weil ich im Prinzip den... ...durch den Voice-Meter, äh, den auf Höchst eingestellt habe. Und ich wahrscheinlich die, ein bisschen überschlagen hab' die Stimme. Und dann ist natürlich, hat's abgekackt. Oder es liegt ans Programm an sich. Wenn's wirklich nicht anders geht, dann bin ich halt natürlich dazu gezwungen, in Zukunft jetzt wirklich alles zu schneiden. Äh, mindestens bei so... Ja, ne, wirklich bei allen dann. Das wird natürlich dann richtig scheiße. Weil da, das heißt, ich kann nicht einfach die Let's Plays einfach gleich machen und hochladen. Dann dauert das viel länger. Du willst durch, nur zu. Hm? Oh nein. Aber dein Timing könnte nicht besser sein. Bitte hilf mir. Äh, ist es nicht den ihr Ernst? Ich hab' das doch im Letzten? Ähm, warte mal. Erstmal die kleinen Kno... ...Knome bitte mal kurz rumlegen, okay? Weil, das wird so nix. Mein Problem ist es natürlich, ich hab' nicht grad' die effektivsten Digimon für sowas. Aber ist nicht so schlimm. Dornen-Peitsche. Dornen-Peitsche. So, jetzt alle auf Mut wohnen. Ich wollte grad' sagen... Wenn ich Glück habe, schaffe ich's ja mal ein paar mehrere Partys mit meinem Team jetzt mal durchzugehen. Ich hab' nicht diesen Kart erst mehr geworden. Ich hab' vielleicht einen Tag noch danach noch trainiert. Nachdem fahren. Ich hab' naughtu joue. Jetzt. Ich hab' które denn da. Ich hab' bekommen. Winne-Peitschef. What Fish andar. Merci. Hospice-UV. Talksмерикając. Mussieuwer. Egal, jetzt erstmal mit dem reden. Ich will den zuerst haben. Hast du mir zwei... Ja, hier sind 20 Fleischbrocken. Oh ja, vielen Dank. Weißt du, dass Kuda an diesem... Werden sie. Nach einem harten... ...neuer Kraft. Zwei Fliegen mit einer Knappe. Oder zumindest habe ich das mal. Schlechte Neuigkeiten, das Boxturnier wurde auf Eis gelegt. Mit dem Konflikt zwischen dem Fleischdruck und Weges kann ich jetzt nicht abgehalten werden. ...befrieden haben. Bis dahin werde ich dieses gute Fleisch nicht umkommen lassen. Oh, ich weiß, ich könnte ja auch in die Stadt gehen. Ich wollte doch sowieso was erledigen. Bis später hat er... Er hat so in die Stadt geholt. Die greifen mich nicht mal an, gell? Soll mir recht sein. So, jetzt kriegt der sein Fleisch. Ham. Ah, jetzt komm. So, jetzt dürfte der uns ja durchlassen. Ich hoffe, ohne Kämpfe. Komm einfach gleich in die Stadt, okay? Tieren, du mal. Muck erst gar nicht. Mach das, was ich sage. Sieht das lecker aus. Ich kann's kaum erwarten. Dieser Fleischbeweis gefällt mir. Ich nehme mich. Nur zu, geh ruhig durch meinen Tunnel. Ich bin heute gut gelaunt. Also habe ich ein Geschenk für dich. Du hast jetzt das Sagen in diesem Tunnel. Um ehrlich zu sein, dass der Quatsch mit Beweis und bestem Fleisch hätte nicht gedacht, dass du das durchziehst. Ne, um einen Platz sicher da gerade, aber ich will dieses Fleisch essen. Jedenfalls überlasse ich den Tunnel dir. Man sieht sich. Und Tyrannemon in die Stadt. Das ist natürlich super. Mal gucken, was jetzt da hinten ist. Immer noch die Einöde. Immerhin. Solange ich bei der Einöde bleibe, dann bin ich zufrieden. Oh. Oh, noch ein Vegimon. Hey, ich habe es endlich gefunden. Wir haben herausgefunden, dass wir sein verstecktes Feld haben. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier ist. Ja, aber was jetzt? Ich muss dafür sorgen, dass wir sie nie wieder verwenden können. Oh, was? Wurde ich entdeckt? Warte, bleib zurück und ich setze das Fleisch in den Feldbrand. Hey, hey, ich tue es. Das Redmond hat das Fleisch in den Feldbrand gesetzt. Es brennt nicht richtig. Was ist da los? Es riecht super. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Mampf, mampf, mampf. Oh, es ist so lecker. Ich hätte nie gedacht, dass Fleisch so lecker sein kann. Wie ist das möglich? Aber jetzt denke ich, ich würde perfekt zu gebraten Gemüse passen. Okay, ich habe mich entschieden. Ich verlasse die Vegitruppe. Ich trete den Fleischtruppen nicht bei... Äh, den Fleischtruppen nicht bei. Ich bleibe hier und bin neutral. Daher habe ich keinen Grund mehr, gegen dich zu kämpfen. Ich hatte gerade eine Idee. Komm bald wieder vorbei, okay? Ich gehe mal kurz raus und gehe noch mal kurz rein. Vielleicht reicht das schon. Okay. Wieso lebt das so lange? Na gut, dann halt nicht. Hm. Dann gehen wir jetzt mal erstmal den Tunnel jetzt wieder zurück. Und dann... Will ich erstmal dieses Gabomon da... Oder dieses Grobimon oder wie das hieß erstmal anlabern. Und... Ja, mal gucken, ob er nochmal Verstecken spielen kann. Gar nicht gerade an, oder? Oder greifen sie mich doch an? Das ist die Frage. Nee, die lassen wir in Ruhe. Geht das gleiche auch für Tyrannomon? Nein. Du gut, ich bleibe. Bruder versuchen nochmal. Du finden meinen Bruder. Verstehen? Okay. Du finden meinen Bruder. Mein Bruder irgendwo. Wie bunt, sehr bunt. Ich muss sagen, habe dich. Okay. Lass mich in Ruhe. Die wollen erstmal was zum Fordern. Oh, das ist falsch. Die Damen reichen einem Fleischbrocken. Dann sind sie satt. Okay, geheimer Friedhof. Da leuchten jetzt zwei Sachen. Das heißt... Ja, da hinten ist es. Habe dich. Nicht. Du sagst, Bruder, wo ich versteckt. Das ist doch so ein Geficker, Alter. Wie oft noch? Und, Leomon, hast du vielleicht noch was Neues zu sagen? Du musst mehr über... Ach, dann halt nicht. Ich weiß, dass die auch noch in die Stadt kommen. Ich habe nämlich mitbekommen, ähm, dass man erstmal hier die Leute herholen muss in die Stadt. Ähm, separat. Aber beispielsweise diese Gubimon, Gubublimon oder was weiß ich, wie man die nennt. Ach. Ich wollte eigentlich nicht kämpfen. Das ist richtig. All right. Nice. Ach, ja, nicht wundern, wieso die jetzt mal immer drei Attacken haben. Und ich habe das aufgestopft. Das ist richtig. Okay. Jetzt kommt Kids. Dankeschön. Ich kriege ich ordentlich Kohle von davon. 500 nur. Okay. Na ja. So. Hier ein Geschenk für dich. Du und ich tragen keinen Platz. Oh, schon wieder. Okay. Gather up. Was schmeißen wir weg? Dieses Gras da. Das ist so gut. Okay. Kann ich also auch immer noch nicht sofort nochmal machen. Okay. Ich würde mal sagen, jetzt gehe ich mal wieder in die Burg. Da gibt es bestimmt auch noch irgendwelche Digimons, die mir noch fehlen. Aber, boah, Digimons, die mir noch fehlen. Mhm. Aber, weißt du was? Mir fällt gerade ein. Die müssen ja demnächst mal pennen gehen. Meine Digimons. Dann könnte ich ja nochmal versuchen, dieses Red Veggiemon und nochmal diese Gabowon-Scheiße da zu machen. Die Frage ist nur, wie kann ich denn das ganz schnell machen? Ah, da komme ich nicht durch, so ein Scheiß. Aber ich bin mit den zwei echt zufrieden, mit Rosemann und Sakuriamann. Das war... Was hatten die eigentlich für... Was hatte ich da überhaupt? Kann ich euch nochmal kurz zeigen. Geschichte. Genau. Äh, das war Palmon. Das habe ich eigentlich echt wirklich die exakte Digitation gemacht. Nur bei dem hier nicht. Das ist Terriamon gewesen. Das Leute zu Angemon geworden. Das dann zu Taumon und dann Sakuriamon. Also, Rosemann ist erst perfekt gemacht worden und die anderen nicht. Garuamon. Kannst du jetzt vielleicht mit mir reden, denke ich. Und vielleicht mal drüber was? Natürlich nicht. Dann fick ich mich. Okay. Wo sind denn hier noch Digimons? Keine mehr. Okay, nach Defekt Ex Machina könnte ich jetzt gehen. Soll ich? Ins Knochenresort. Zum Rosenpalast. Zum Generatorgefängnis. Also, im Palast war ich. Da kam ich nicht weiter. Ins Knochenresort. Ich war nicht wirklich weiter. Oder beziehungsweise, da wollte ich nicht weitergehen, weil es eine Stadt ist. Also, gehen wir ins Gefängnis. Komm, wir gehen ins Gefängnis. Das hört sich nämlich am interessantesten an, finde ich. Oh, ein Togemon. Oh, Sakuya. Guck mal, wie es mir jedes Mal das Scheiß Digimon in die Flasche gibt. Das... Gut, dass ich echt die Verteidigung hochgepusht habe. Wie es sonst was. Bei Sakuya haben wir noch mehr, aber trotzdem. Ich will jetzt beim nächsten Mal jetzt noch gucken, dass ich irgendwie mehr Befehlskraft sehe, dass ich öfters ein Ulti machen kann. Das würde nämlich einiges schneller. Ups, da habe ich wieder ein Zubes bekommen. Äh, nee. Äh, Rosemann. So, Rosemann macht eine Attacke. Wobei sie eigentlich jetzt schon wieder ein bisschen unnötig ist. Wirklich halt auch, aber egal. Oh, ne dunkle Zwiebel. Das ist nie schlecht. Die Wiggetruppe ist intelligent und rein. Sie wird sich nie mit dieser dummen wilde Fleischtruppe verstehen. Oha, was für dumm. Nur weil ich Fleisch mag. Egal, Generatorgefängnis. Da ist Wutmon. Oh, ich kann Wutmon aus dem Tod nicht ausstehen. Ich bin Wutmon. Ich habe das Sagen im Generatorgefängnis. Ich kann niemandem ohne Lady Rosemann Erlaubnis passieren. Verschwinde sofort hier. Äh, seht ihr da auch den Cremon? Also, Digimon Savers sich weiterentwickelt hat. Ähm, keine Ahnung, wie es Cremon hieß. Danach sieht es aus. Im März ist ehrlich gesagt lieb, die jetzt zwei jetzt pendeln. Das ist das mit dem Gabon. Weil ihr könnt es jetzt sehen. Ich kann ja kurz mal in den Palast gehen. Ich komme da einfach nicht. Wow, holy shit. Wo haben die mich getroffen, die Schweine? Von welcher Attacke hat 2000 abgezogen? Oh, die sind ja viel schlechter als das Red Vogelmon. Aber richtig. Das ist ja Hardcore. Okay. Also, was ist Rosemann in der Attacke? Ja, hier war ziemlich gut diesmal. Oh, die legen sich gar nicht gegen mich an. Interessant. So, Hercules Capoterion, man. Lass du mich jetzt durch? Komm ich immer noch nicht weiter. Und was ist das, wenn ich alle Capoterion-Mons? Ah ne, sind ja Quagamons, sind ja keine Capoterion-Mons. Stimmt auch wieder. Alter, ich will nicht gegen Woodmon kämpfen. Wieso die immer die da zu mir lenken wollen? Egal, dann gehen wir jetzt in das Cup. Scheiß drauf. Also, ich will den Part jetzt nicht unnötig verschwenden. Nur weil diese Tricks... Wobei, die müssten jetzt gleich pennen. Oh, shit. Ne, zuerst kriegen sie Hunger. Dankeschön. Dann gehen wir jetzt noch ins Knochen-Resort. Also, ganz links war ich schon. Da ist so ein Devil-Pattermon. Was mir gar nichts bringt. Da ich für das, für bestimmte Items holen muss. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen in die Mitte. Ich weiß zwar, Eder sind, die gleich pennen wollen. Ich bin ja so unnötig sicher, dass das gleich kommen wird. Oh, Baum, 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 Baum. Häufig gibt's da dieses... Ach, Digi-Schwarzholz ist nicht das, was ich suche. Großholz, genau. Digi-Großholz. Das brauche ich, ähm... Einige Male für Dinge, äh... Dass ich die Felder vergrößern kann. Brauche ich unbedingt. Ich brauche mehr Fleisch. Oder beziehungsweise... Also Fleisch, Fleisch, Zwiebel oder so. Oder Fleisch, Fleisch, Rettich oder irgendwie sowas, dass das besser nachher beim Training mitkommt. Die ist gut für Dinge, äh, für Disziplin. Keine Ahnung, wieso. Aber ist halt so. Ähm... Ich mag die sind ordentlich. Aber trotzdem ist meine ich. Ho, ho. Okay. Wow, holy shit. Okay, das... Patermann ist schon mal tot. Oh, ist nicht abgezogen. Oh, noo, die Krümen ist... Also Krümen ist schlimm. Ähm, bevorst mir jetzt verreckt... Okay, das war natürlich jetzt falsch. Oh, nein. Oh, Warzman lebt noch. Okay. Das ist richtig. Ja, keep it up. Oh. Ja, aber die... ...die Video gehabt. Und der Tag ist ja eh gleich zu Ende. Das ist richtig. Wieso gehen das jetzt nicht? Ja, danke. Wieso hat das jetzt so gespackt? Boah, Sakuya, aber mach's jetzt down, Alter. Das geht nicht so richtig auf den Zack, diese Scheißgräber. Wieso klappt denn das jetzt nicht? Ja, jetzt... Hallo? What the fuck? Oh, Leute. Ich werd's nicht schaffen, wie so aussieht. Okay. Meine Digamons sind nichts für Sorgen. Äh. Knochen-Resort gemacht. Das ist schon mal gut zu wissen. In Dornenpalast komm ich zwar noch klar. Ich hab's nicht nicht geschaffen mit diesen Digamons. Krieg übelst eins auf die... Aber wo auf die Fresse? Können die sich jetzt mal auf die Fresse legen? Und pennen? Jetzt mal ohne Schmack. Wir müssen doch jetzt irgendwie mal schlafen wollen. Meine ist schon mitternacht gleich. Also bleiben die nie so wach. Also bitte. Ja, danke. Endlich. Und natürlich campen wir auch, weil sonst... Ich werde das nicht auf jeden Fall volles Leben haben. Okay. Okay. ist jetzt so jetzt will ich noch mal gegen das ist in Gabo Mondo Morgon Bimondo was sich wie das Drecksicher ist und dann machen um zu gucken um was vielleicht auch in die Stadt kriegen war um zu mehr was ich die hier das Feld bekommen um zu besser deswegen und ich hoffe da kommt jetzt nicht noch einmal diese Kacke da ihr wisst schon dass ich jetzt noch mal gegen Wigimon und so weiter kämpfen muss ich hoffe es ist hängen geblieben ja es ist hängen geblieben Gott sei Dank weil wenn es hinten bleibt ja wenn es hinten bleibt und so krank ist dann weiß ich das verreckt mir nämlich gleich und das wär echt ein Scheiß-Timing ah red schnell mit ihm du gut ich bin lieb Bruder versuchen noch mal du finden mein Bruder versteht ok du finden mein Bruder beim Bruder irgendwo wie bunt sehr bunt es üben verstecken wenn du finden sagen hab dich warum man hier hinten rein eigentlich mag ich ja Agurumon heißt es aber diese Wigipfieslinge wollen alles Fleisch vernichten so jetzt gehen wir aber erst noch zu Red Vegimon aha aha ich habe ja ich muss gucken dass ich jetzt mein Urlaub Digimon jetzt noch in den nächsten zwei Wochen zu Ende weil da kommt Horizon raus ähm und dann will ich eigentlich mit allen Projekten wieder fertig sein dass ich nur Horizon habe aber wirklich nur Horizon dass ich das zocken kann weil mittendrin kommt da noch nie und ich weiß wo Horizon ist nämlich glaube ich ziemlich lang so hole mir jetzt nicht alles mit Teil äh so jetzt so jetzt oh du bist zurück ich bin neutral seit ich die Wigitruppe verlassen habe ich kann Gemüse besorgen aber kein Fleisch wenn du mir Fleisch bringst tausche ich es gegen Gemüse gefällt dir das? haha also ok muss ich das öfters machen wenn ja kotze ich und ohne Wetz du bist ein Bastard das muss ich jetzt jeden Tag machen mehrmals wenn überhaupt es kann auch sein dass das nicht in die Stadt kommt genau äh das wollte ich sowieso mal gucken Digimay ne das Ding ähm andere Palmon ist hier nämlich nicht dabei ok dann heißt das ich krieg Redvegimon wahrscheinlich wenn ich ein bestimmtes oft mal Fleisch bringe ok laut die letzten drei Optionen müsste es in der Burg sein wisst Gabo Mann wie gesagt das will ich auf jeden Fall noch machen Eingewald Ein geweihten ein öde aber ätzend ist das ganze schon das sag ich euch an diesen ort dahinten komme ich immer noch nicht wo sich dahin fliegen kann das sein egal wir gucken jetzt mal ob das hier in der stadt der in der burg ist natürlich muss ich mir jetzt einen unnötigen kampf noch dazu holen ich will euch die zehn artige dazu zeigen die werde ich in dem part nämlich nicht mehr brauchen weil nach der reaktion werde ich nämlich erst mal in die stadt zurückkehren so ach jetzt geht es nicht mehr das ist so eine verarsche ist das ist da mit ganz viel glück erledigt ist das ich jetzt das gibt's doch nicht mann ihr habt genug mp raut doch rein dange wieso ist das verletzt und ich habe kein ding pflaster dabei kann das sein medizin ist halt schon irgendwie bitter dass ich das jetzt ausgeben musste wobei es eigentlich nur ein pflaster hätte gebraucht aber naja was soll ich machen ich glaube da ist gar wo man oder wo man oder wie dieses fisch ist wenn die man lasst mich in ruhe bist du ein bastard ja ich sehe es von hier ok ich muss gucken dass ich einen kampf umgehen so hab dich nein du mich gewinnen macht gut noch nicht du sein bruder wo ich versteckt ja das machen wir jetzt auch und ich hoffe das reicht dann endlich das ist nämlich das dritte mal und ich habe keine lust mehr ja wie gewonnen willst du mich heiraten oder wie wie lange willst du mir noch hinterherlaufen wie gewann verpiss dich du hua bock du hua bock du hua bock ach geht doch los ich werde jetzt dieses gubom und jetzt noch in die stadt her holen oder mindestens die mission erledigen von dem fisch ist es so dass ich den part jetzt beenden kann ich habe nämlich schon wieder gar kein bock mehr das ist anstrengend aber ein bestimmter ich will werden natürlich die teleportation in die stadt auch noch aufnehmen so ist es nicht ich habe noch mal verpiss dich guck mich nicht so an guck nicht boah tyrannoman guck nicht du pisst dich ja bis dahin bist du zu langsam du zurückfinden wo du gefündet du toll hier geschenkt für dich du kommen wieder ich glücklich das ist nicht den ernst ok ich werde es noch nicht ich werde es in die stadt her ich habe keinen bock mehr geht es unendlich die kacke jetzt kommt so jetzt machen wir die gna-artige dazu mal gucken was aufs zieht der zwei weiber rauskommt müsste eigentlich ein weibliches mega 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 die genut kann ich das nicht überspringen kann ich echt nicht doch kann ich wo was ist das mit wo ist man doch bleibt doch so wie es wie ihr wart das war von nice ok so autopilot und wisst du wieso ich das aufnehme einfach aus dem grund falls wieder eine hauptstoryship kommen sollte sag ich ja swing und wieder so 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 habe, was ich machen soll.